Werte Kameraden und Kameradinnen, ich habe folgendes mitzuteilen. Es gibt in unserem deutschen Vaterland die Ausgeburt der Hölle, die Brunft des Teufels. Sie nennen sich Impferweigerer. Und diese Brunft gilt es zu verfolgen und auszurechnen. Sie passen nicht zur Solidargemeinschaft. Wir sollten jetzt in Solidarität zueinander schnell, schnell handeln. Ich sage, mit der Ermächtigung, die mir das deutsche Volk verliehen hat, heute Nacht, 4.45 Uhr, spritzen wir uns zurück in die Freiheit. Wollt ihr den totalen Impfzwang? Wollt ihr den totalen Impfzwang?